1974 hat sich Portugal nach 48 Jahren mit der sogenannten Nelkenrevolution aus der Diktatur befreit. Seitdem ist die Analphabetismusrate von 33% auf einen Wert gefallen, der dem Rest der EU-Mitgliedsländer entspricht. Die Kindersterblichkeit fiel von 55,5 pro 1000 Kindern auf 3,1, einen der niedrigsten Werte in ganz Europa. Die Schulpflicht wurde um 50% angehoben, wir haben Elendsviertel abgeschafft und unsere Lebenserwartung ist von 67,1 auf 79,5 Jahre gestiegen. All das haben wir in weniger als einer Generation erreicht und ohne Marshallplan. Aber es stimmt, wir haben nicht alles richtig gemacht. An manchen Stellen haben wir auch Geld verschwendet. Wir haben einen der hochwertigsten Fahrzeugbestände Europas. 41,3% davon aus deutscher Herstellung. Eine deutsche Firma hat in Portugal eines der größten Tankstellennetze für Elektroautos in Europa installiert. Wir warten jedoch immer noch darauf, dass uns Deutschland die passenden Elektroautos dazu verkauft. Wir haben eine Milliarde Euro für zwei topmoderne U-Boote ausgegeben. Deutsche U-Boote. 2004 haben wir 675 Millionen Euro in neue Fußballstadien gesteckt, um die Europameisterschaft zu veranstalten. Diese Stadien wurden zumeist von Konsortien mit der Beteiligung deutscher Firmen gebaut. Der wirtschaftliche Austausch zwischen den beiden Ländern erbringt einen jährlichen Gewinn von 3 Milliarden Euro. Für Deutschland. Dennoch haben wir in den vergangenen 18 Monaten Gehälter, Renten und Sozialleistungen gekürzt. Behörden verkleinert, auf Ferien- und Weihnachtsgeld verzichtet und Kürzungen bei Gesundheit, Bildung und Sozialwesen hingenommen. Das Rentenalter wurde angehoben und die Preise für öffentliche Dienste sowie diverse Steuern wurden erhöht. Einkommen, Konsum, Kapital, öffentliche Verkehrsmittel, Immobilien und sämtliche Transportmittel. Dabei haben wir zwei Rekorde aufgestellt. Der größte Ausgabenschnitt und die größte Steuererhöhung in der Geschichte unserer Demokratie. Und dennoch finden einige Leute, dass wir uns nicht genügend anstrengen. Dass wir nicht genügend arbeiten, nicht genügend Steuern zahlen und ständig am Feiern sind. Die Zahlen sind eindeutig. Wir arbeiten 38,9 Stunden pro Woche. Mehr als die Deutschen. Die Portugiesen arbeiten bis zu ihrem 67. Lebensjahr. Deutlich länger als die Deutschen. Den Deutschen muss klar sein, dass wir hart arbeiten. Dafür steht jeder einzelne der 150.000 Portugiesen, die in Deutschland leben. Die Portugiesen haben Anrecht auf 22 Ferientage pro Jahr. Weniger als die Deutschen. Wir hatten 13 Ferientage, haben vier davon abgeschafft und haben jetzt nur noch neun weniger als die Deutschen. Der Durchschnittsverdienst der Portugiesen beträgt 1171 Euro brutto pro Monat. Etwa die Hälfte des deutschen Mittelwerts. Und wir bezahlen mehr Steuern. Viel mehr Steuern. Nur zwei europäische Länder besteuern momentan die Einkommen ihrer reichsten Bürger mit über 50 Prozent. Deutschland und Portugal. Der einzige Unterschied ist die Vorstellung davon, was Reichtum bedeutet. Und dennoch war das Projekt Europa für uns in Portugal immer auch ein solidarisches Projekt. Die deutschen Exporte haben sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Arbeitslosigkeit in Portugal hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht. Und selbst unter diesen Umständen demonstrieren wir auf unsere eigene portugiesische Art. 1990 hat Deutschland einseitig erklärt, dass seine alten Schulden verfallen seien. Die Portugiesen haben diese Entscheidung nicht bestritten. 2005 hat Deutschland die Grenze der Neuverschuldung überschritten. Und die EU hat auf entsprechende Sanktionen verzichtet. Die Portugiesen haben die Entscheidung nicht nur hingenommen, sondern auch noch unterstützt. Uns war klar, dass wir vom deutschen Volk nicht verlangen konnten, noch mehr zu arbeiten, noch mehr Steuern zu zahlen oder Gehälter und Renten zu kürzen. Die Portugiesen haben das Projekt Europa immer als ein solidarisches Projekt gesehen. Und wir sind davon überzeugt, dass die Deutschen unsere Ansicht teilen. In Europa ist die Berliner Mauer 1989 gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.